Hallo Freunde, willkommen zu SaschaKämpfTV. Heute machen wir mal was auf und zwar eine sogenannte Lootbox. Ich will es euch nicht länger vorenthalten. Starten wir mal und gucken was da drin ist. So, was haben wir da Feines? Eine Marble Trinkflasche. Was Feines wo unterwegs? Nicht schlecht. Dann haben wir einen Spiderman Schlüsselanhänger. Spiderman ist beliebt, kann man eigentlich benutzen. Oder dass sie ins Auto hängen. Je nachdem. Dann ein Marble Kartenspiel. Auch eine feine Sache. Und dann haben wir hier eine Überraschung in der Überraschung. Oh, jetzt müssen wir mal aufmachen. Ach du Scheiße, wie geht denn das auf? Ah, das musst du kaltblütig aufreißen, um zu deinem Auto zu kommen. Noch eine Tüte. Und was haben wir da? Eine lustige Blüschfigur. Wer ist das? Ist das Peter Parker? Ja, es ist Peter Parker. Dann ein Guardians of the Galaxy Vol. 2. Handtuch. Oder Badetuch. Ja, hat eigentlich eine ordentliche Größe hier. Kann man mal ein lecker Mädchen verführen, oder? Es neigt sich langsam dem Ende zu. Und noch ein X-Men Dark Phoenix. Comic. Sogar auf Deutsch. Eigentlich eine ganz gute Ausbeute. So, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ob ihr noch Anregungen habt. Soll ich das nochmal machen? Öfters mal was aufmachen? Oder auf was habt ihr Bock? Schreibt es in die Kommentare. Und dann werden wir die nächsten Videos so gestalten. Dann. Ciao, ciao. Und macht's gut. Bis bald.